Die Nordschleife ist das schönste Stück Asphalt, was wir haben auf der Welt. Die letzten Autotests werden hier gefahren. Zudem hat man hier extreme Kräfte, die auf die Fahrzeuge und den Fahrer wirken. Jeder Fehler wird sofort gestarft. Die T-Rot R gibt einen Blick auf die Kraft. Die Kraft, die Fahrradmeldung und die Gefühle. Ich bin sehr interessiert mit dem Gefühl. Das Gefühl, dass Sie in der Kontrolle, Sie in der Kontrolle und Sie in der Ruhe. Alles, die Dinge zusammenzieren, die Sie schreien. Unglaublich, Sie sehen uns immer wiederum.